Als ich drei war, sind wir nach Moskwa gezogen. Davor haben wir in Kyrgyzstan gewohnt. Doch in Moskwa waren wir sowieso finanziell nicht so gut. Und da Putin ist, sind wir dann nach Deutschland, weil wir dachten, vielleicht ist es besser. Wir sind nach Marzahn und haben da eine Wohnung billig gekriegt. Und bei Plattenbau. Dann hat meine Mutter mir gesagt, du gehst jetzt nach unten in den Müll rausbringen. Und ich habe in den Müll diese Becher gefunden. Ich habe dann auf YouTube eingegeben Bechertakt. Und ich habe Videos gefunden dazu. Ich habe geübt. Ich habe gemerkt, ich wurde schneller besser. Und ich wurde viel besser als die auf YouTube. Und ich habe dann überlegt, was kann ich machen. Und dann habe ich geguckt, habe geübt. Ich habe auch ganz viel trainiert. Ganz wichtig für mich war auch Ernährung. Also das ist gut. Ich habe auch geachtet darauf, damit immer Haltung gut ist. Also Rücken gerade und so. Ich meine, ich spreche perfekt Deutsch und so. Ich habe dann einmal angefangen, mich mit einem zu prügeln. Ich habe ihn auch als die Bier beschimpft und so. Ich habe dann diese zwei Becher genommen und habe auf ihn eingeschlagen. Und ab diesem Tag wusste ich, dass die Becher auch gut für alle sind. Also nicht nur für diesen Tag und so. Ich habe gelernt, wie man mit ihnen umgeht. Als ich dann eines Tages dann bemerkt habe, ich habe geguckt. Ich war in meinem Zimmer, in der Plattenbauwohnung. Ich hatte Kopfhörer auf, weil neben mir war ganz laut. Die Nachbarn haben ein bisschen Peripel gemacht. War nicht so. Und dann habe ich geguckt auf YouTube, was es so gibt. Und ich habe gefunden, Weltmeisterschaft. Welche Weltmeisterschaft? Wann ist das? Und ich habe mich so gefreut. Ich habe dann noch mehr geübt. Und dann habe ich Gegner kennengelernt. Und das war nicht gut. Ich habe es geübt. Ich habe es geübt. Aber ich habe es geübt. Ich habe es geübt. Und ich gehe noch mehr geübt. Ich habe es geübt. Mein Schmerzer hat es geübt. Und ich gehe noch nicht mehr für die Becher. Ich habe es geübt. Ich habe ich gesagt, du hast ein sehr guter Becher mit in China. Du bist mehr würdiger Gegner. Die Zeit für eine Duell. Los, du fängst an. Nein, lass das jetzt, ich bin besser. Bis jetzt, Valera, lass das. Alter. Ich wollte, dass das alles deine Schule ist. Ich hab dir nichts getan. Jetzt geh weg. Ich bin jetzt hier. Auf jeden Fall warte kurz. Oh, ich muss zur Weltmeisterschaft, meine Freunde. Es war mir eine Ehre, aber ich muss jetzt leider los. Ich nehme natürlich meine liebsten Becher und wünsche mir bitte viel Glück, ja. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020